1897 feierte Queen Victoria von England ihr 60-jähriges Thronjubiläum und aus diesem Anlass gab es eine riesige Flottenparade, die größte in der Geschichte Englands für sie. Mehr als 300 Schlachtschiffe, Kreuze, andere Boote sind aufgefahren, um sie zu ehren. Das Empire sonnte sich in seinem Glück. Man war ja unsterblich und unbesiegbar und so würde es also für immer weitergehen. Genau das war der Punkt, an dem es dann bergab ging. Tatsächlich nur wenige Jahrzehnte später ist das Empire zerfallen. England war keine Weltmacht mehr und heute sind sie froh, wenn ihnen in Schottland und Wales nicht auch noch weglaufen. Wenn wir aufhören, uns weiterentwickeln zu wollen, wenn wir nicht mehr hungrig sind und alle Facetten, die zum Erfolg gehören und zu unserer Firma anzusehen, dann treiben wir zurück. Und so wird auch eine Firma, die heutzutage nicht wirklich ernsthaft Feelgoodmanagement betreibt, zurücktreiben und vielleicht sogar untergehen. Ist ihnen das bewusst? Wir sehen heute am Arbeitsmarkt einen Käufermarkt. Wir werden bis 2025 2,4 Millionen Akademiker zu wenig haben. Und die, die es dann gibt, die wollen sie ja bekommen und vielleicht können sie nicht die Top-Gehälter am Markt zahlen. Und selbst wenn sie das können, bekommen sie diese Kräfte nicht unbedingt. Da müssen sie schon sehr viel mehr bieten, was mit Work-Life-Balance zu tun hat und damit sich wohlzufühlen. Und das ist nicht das Ende ihres Problems. Die guten Mitarbeiter, die sie schon haben, sind zu oft krank, öfter als sie wirklich krank sind. Sie rufen ihr Potenzial nicht ab. Und die Besten, die sie haben, die verlassen möglicherweise ihre Firma und gehen zu einer, die sie wirklich um sie kümmert. Und dann müssen sie jemanden Neuen einstellen. Und so ein Einstellungsprozess und die Einarbeitung kostet sie leicht ein Jahresgehalt, wenn sie diese gute neue Kraft dann überhaupt finden. Und wenn sie jemanden abgeworben haben, denken sie daran, wer einmal wechselt, der wechselt auch zweimal. Um den zu behalten, müssen sie dann eben, wie gesagt, etwas mehr bieten. Ein Feelgood-Manager heutzutage ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Und wie gesagt, wir sehen diesen enormen Wertewandel bei den Menschen. Wir haben einen Wandel von einer Industrie hin zu einer Wissensgesellschaft und wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Also da muss man schon was tun, denn sonst sorgen sie nicht nur dafür, dass ihre Mitarbeiter, die doch so wichtig sind, nicht glücklich und zufrieden sind, sondern sie zerstören auch die Performance ihrer Firma und setzen tatsächlich deren Zukunft aufs Spiel, nicht weniger. Die gute Nachricht ist, das ist vermeidbar. Ein Feelgood-Manager, ein guter jedenfalls, analysiert Situationen, er deckt Schmerzpunkte auf, er kommuniziert, er lehrt, wie man miteinander umgeht, kreiert eine Kultur von Achtung und wertvoller, wertvoller, wertschätzender Kommunikation und bringt ihr Unternehmen in eine ganz andere Richtung. Mein Name ist Martin, Martin Hiller. Ich bin ein solcher Wohlfühlmanager. Ich sorge dafür, dass Menschen sich in ihren Arbeitsplatz verlieben, glücklicher sind, kreativer und dass die Unternehmen selbst profitabler, innovativer und sicherer werden, was ihren wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft anbelangt. Warum kann ich das? Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung auf allen Feldern, die Feelgood-Management berührt. Ich hatte lange Jahre eine Eventagentur, habe also auch die Arbeitnehmerperspektive, kenne die Sorgen von Angestellten, weiß, wie man organisiert, war jahrelang auch als Coach unterwegs und weiß dann doch einiges über Kommunikation. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, abzufragen und zu erfahren, was kann man denn noch verbessern, dass sich da alle wohlfühlen. Ich habe mit Unternehmen gearbeitet, mit Einzelpersonen, mit Privaten. Ich habe leitende Manager von KMU unterrichtet, ebenso wie 20-jährige Start-up-Gründer, aber auch lernbehinderte Kinder und habe mit all diesen Menschen sehr gerne zusammengearbeitet und bin auch stolz darauf, von denen eine lange Liste an Referenzen bekommen zu haben. Es ist übrigens auch messbar, selbst wenn Sie nur ein wenig Gesundheitsmanagement einführen, dann hat das schon einen Return of Investment von 4 bis 8, kann ich in eine Studie dazu schicken. Und bei einem guten Feelgood-Management ist dieser noch weit höher, kann man wirklich sagen. Wenn Sie das tun, dann bewirken Sie, dass Menschen Ziele erreichen und glücklich sind und Ihre Firma vorankommt. Und was gibt es denn Schöneres und Wichtigeres? Ja, was müssen Sie dafür tun? Im Grunde vor allem die richtige Haltung mitbringen, offen zu sein, ja, das kann mir etwas bringen, das probiere ich mal aus, hat ja gar kein Risiko, wenn Sie mich mal für ein paar Tage in Ihr Unternehmen holen. Und wenn Sie verstehen, ich bin kein Feuerwehrmann, man sollte mich nicht erst holen und einbinden, wenn schon alles brennt, wenn das Empire schon untergegangen ist, alle kündigen, die Kommunikation zwischen den Abteilungen nicht mehr so funktioniert, wie sie das sollte und niemand mehr die Tischtennisplatte benutzt und Sie nicht wissen, warum das so ist. Und ein Feelgood-Manager ist übrigens ein sehr wertvolles Argument bei einer Einstellungsverhandlung, aber nur, wenn es auch wirklich so gemeint ist, dann nicht zu sagen, wir haben einen Office-Manager, der sich tatsächlich um Kaffeekinder kümmert und dass das Büro gut aufgeräumt ist und Gäste empfängt, sondern jemand, der wirklich dieses Feelgood-Management betreibt, denn das ist dann schon etwas ganz anderes. Ja, und dann müssen Sie nur aktiv werden, melden Sie sich, schreiben mir, rufen mich an. Wenn Sie sich diese Woche noch melden, schicke ich Ihnen ein Paper zu, das ich über Feelgood-Management erstellt habe und das nochmal detailliert aufzeigt, was das ist, was es nicht ist, was der Nummer-eins-Grund ist, warum Menschen kündigen, was man da tun kann und vieles mehr. Ja, selbstverständlich unverbindlich und gratis. Wir können einfach ein Gespräch ausmachen, da treffen wir uns. Ich lege Ihnen nochmal ein paar Möglichkeiten dar. Wir sehen uns Eckdaten Ihres Unternehmens an und schauen, welches die richtige Strategie ist, ob man erstmal nur ein paar Stellschrauben drehen muss, auch vielleicht, um das zu testen oder wie weit wir da gehen wollen. Dann mache ich Ihnen ein Angebot und wir gehen weiter. Und dann geht's los. Wenn Sie noch ein bisschen im Zweifel und dann überlegen sind, ob Sie das wirklich brauchen, möchte ich Ihnen zum Schluss gerne einen Satz von Reinhard Sprenger mitgeben, dem großen Autor für Management-Literatur. Eine Entscheidung ist keine Rechenaufgabe. Es ist ein Springen durch die Feuerwand des Zweifels. Nur wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann wird eine Entscheidung fällig. In dem Sinne, machen Sie es gut. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.